Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und es sind schon wieder zwei Wochen vorbei. Ich glaube das immer gar nicht. Es wird Zeit für ein neues Gewichts-Update. Danny muss alle zwei Wochen auf die Waage und wir gucken uns an, was hat sich im Gewicht getan, wie hat sich mein Schritte-Verhältnis verändert und wie geht es mir quasi ein bisschen, ja, ein virtuelles Abnehm-Tagebuch für mich persönlich. Das war so der Hintergrund, als wir am 01.01.2024, also vor ca. 112 Tagen, gestartet haben. 112 Tage, kein Zucker und täglich über 10.000 Schritte. Und wir gucken heute mal an, wie viel Gewicht ich nun verloren habe. Viel Spaß. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Ja, meine Lieben, ich habe das gerade schon gesagt. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell diese 14 Tage um sind, sodass ich morgens darüber nachdenken muss, okay, ist heute schon das Gewichts-Update wieder dran? Und ja, es ist wieder soweit. Ich muss auf die Waage und wir gucken uns das Schritte- und Laufverhältnis an. Und da hat sich jetzt dann doch wieder ein bisschen was getan. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich was verändern möchte. Ich möchte mehr laufen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen, ja, also ich bin immer auf die 10.000 Schritte gekommen, aber denn dann auch nicht unbedingt drüber hinaus. Das hat mich dann doch schon ein bisschen getriggert. Und das habe ich jetzt letzte Woche, das kann ich euch schon mal zeigen, schon gut verändert. Ich muss das wieder so ein bisschen mittig ziehen. Das habe ich schon ein bisschen verändert, dass wir jetzt hier, sagen wir mal, auf 10.700 Schritte im Durchschnitt gekommen sind. Und ihr seht, wir haben hier einige Tage wieder mit 11.000 mitten dabei. Das ist natürlich super. Und wenn wir uns im Vergleich mal die aktuelle Woche anschauen, auch hier bin ich deutlich gestiegen. Ich bin heute noch nicht gelaufen, bin aber schon bei den 10.000. Das heißt, ich werde hier auf 11.500 kommen etwa. Und das ist natürlich schon richtig krass. Ihr seht, wir haben hier zwei Tage einmal mit 15.000 und einmal mit 16.000 Schritte. Und das sind ganz besondere Tage gewesen, denn ich habe jetzt nun auch angefangen zu joggen. Das ist etwas, was ich früher sehr gerne gemacht habe, was aber aufgrund der Statur dann irgendwann nicht mehr möglich war. Und ich hatte so einen solchen Kraftschub, dass ich dann dann zweimal jetzt schon joggen war. Einmal 15.000, einmal 16.000 Schritte. Und das war ein so schönes Gefühl. Ich hatte extrem Muskelkater. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil ich eigentlich der Meinung war, dass die Beinmuskulatur jetzt so ein bisschen trainierter ist. Aber ich hatte wirklich Muskelkater. Aber ich habe richtig gut durchgehalten und bin richtig weit gekommen. Gucken wir gleich schon ins Gewicht rein. Ich will das gar nicht so lange machen, weil ich will euch nämlich dann noch ein bisschen was erzählen, wie es mir aktuell geht. Und zwar, zack, wir sind jetzt bei minus 26,5 Kilo. Das ist jetzt das, was ich verloren habe, seitdem ich jeden Tag 10.000 Schritte ohne Pause und eine Ernährungsumstellung erreicht habe. Das ist wirklich eine Menge Holz, was weggelaufen ist. Es ist noch nicht da, wo ich hin muss oder hin will, aber eigentlich auch muss. Aber trotzdem 26,5 Kilo, das ist schon extrem viel. Und was ich halt auch noch richtig beeindruckend finde, sind diese Zahlen. Das kennt ihr ja auch, die zeige ich euch auch immer ganz gerne. Das ist jetzt nochmal so, was insgesamt alles in diesen, ja, vier Monaten jetzt fast schon verlaufen sind. Also 26,5 Kilo weg trainiert, aber allein durchs Laufen, durchs Kalorienverbrennen, habe ich 125.100 Kalorien verbrannt. Das entspricht, 7.000 Kalorien sind ja ein Kilo, 17,8 Kilo. Also nur durchs Laufen bin ich 17,8 Kilo losgeworden. Und das hat natürlich denn, und das kann man sehr gut an den Zahlen sehen, nochmal einen positiven Effekt auf meine Ernährung gehabt. Denn durch die Ernährung sind dann weitere Kilos gepurzelt. Und so kommt diese hohe Zahl zustande. Dann bin ich insgesamt 994 Kilometer gelaufen. 994 Kilometer. Ich habe fast die 1.000 Kilometer geknackt, die werde ich heute knacken. Das ist extrem, das ist wirklich extrem viel. Und insgesamt bin ich 227 Stunden meiner Zeit im Lauftraining gewesen. Das entspricht 9,4 Tage. 9,4 Tage war ich quasi in den letzten vier Monaten unterwegs. 9,4 Tage, die ich denn dann auch natürlich auf andere Sachen verzichtet habe. Gerade was das Thema Arbeit und Freizeit ist. Aber ich habe euch ja schon mehrmals gesagt, dieses Laufen, das ist für mich Freizeit. Diese ganze Körperumgewöhnung, das ist so fantastisch. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an das erste Video erinnert, wo ich über körperliche Probleme gesprochen habe. Wo ich darüber gesprochen habe, dass es mir insofern schlecht geht, dass ich halt nicht so weit laufen kann. Dass mir dann sofort der Rücken wehtut und so. Das ist alles weg. Ich gebe so viele positive Entwicklungen. Ich schlafe deutlich besser. Ich schnarche nicht mehr. Ich habe ab und zu mal ein bisschen geschnarcht. Nicht oft, nicht viel, aber schon, das ist auch weg. Durch die Entlastung des Körpers vielleicht. Ich schlafe deutlich besser. Ich fühle mich deutlich fitter. Und das ist das, was für mich am wichtigsten ist. Ich schaffe es, ohne Probleme Alltagsaufgaben zu erledigen. Ohne irgendwie Rückenschmerzen zu haben, abzubrechen oder sonst was. Mein Bluthochdruck, der mir diagnostiziert wurde, der niemals wirklich hoch war, hat sich auch komplett normal gelegt. Und ich hatte nie wieder irgendein Herzstolpern mehr gehabt oder so. Also ich habe ja eine Sinusarithmie. Das war auch alles jetzt wirklich, seitdem ich das mache, nicht mehr im Fokus. Und ich kann so im Großen und Ganzen sagen, ich lebe deutlich gesünder. Und ich habe das jetzt gerade im Video schon erzählt, dieses Joggen. Und das war für mich nochmal ein persönlicher Meilenstein, dass ich es wirklich geschafft habe, einfach drauf loszulaufen. Und das war ein so angenehmes, schönes Gefühl. Das war so, als es so warm war. Da hat das richtig Spaß gemacht. Jetzt ist das hier in Brandenburg extrem abgekühlt. Jetzt laufe ich wieder nur Joggen. Das ist mir dann zu kalt in kurzer Hose. Ich könnte auch in langer Hose joggen. Aber das macht nicht so viel Spaß. Da laufe ich dann lieber wieder ganz normal. Aber sobald es denn dann wärmer wird, und das sollte ja schon in den nächsten Tagen sein, dann werde ich auf jeden Fall mein Laufen ein bisschen verändern und mehr joggen. Muss ein bisschen mit meinen Knien aufpassen. Aktuell habe ich keine Probleme, aber es sollen ja auch keine Probleme entstehen. Und wie es aussieht, steuere ich jetzt wirklich die minus 30 Kilos an. Wenn es nach meinem BMI geht, dann fehlt da aber noch ein bisschen was. Ich meine, ihr seht ja immer nur so diesen Ausschnitt. Und da fehlt trotzdem noch ein bisschen was. 30 Kilo oder 26 Kilo hört sich ja extrem viel an. Es ist auch extrem viel. Aber ich bin halt auch extrem groß. Bei mir verteilt sich das relativ gut und versteckend. Aber ich glaube, wenn ich so auf meinen BMI komme, der für mich wichtig ist, da muss dann wirklich noch mal ganz schön was runter. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade auch so in den nächsten Monaten. Ich bin genau noch so motiviert wie am ersten Tag. Wobei ich schon fast sagen würde, ich bin noch viel motivierter. Durch jeden Tag, wo sich etwas ändert, fühlt sich das für mich jeden Tag auch wirklich besser und befreiender an. Dass ich mich wirklich einfach auf meine Laufrunden freue. Ich telefoniere inzwischen sehr, sehr viel, wenn ich laufe. Das ist auch sehr abwechslungsreich. Nicht mehr so viel Hörbuch. Ich bin ja quasi jetzt mit vielen durch. Manchmal höre ich Hörbuch noch, aber ich telefoniere viel, fliege Kontakt und halte mich. Und habe auch für mich entdeckt, das ist jetzt auch ein bisschen merkwürdig, ich laufe gern im Regen. Also ich finde das höchst, höchst schön, wenn es regnet, draußen zu laufen. Und diese Gerüche. Und das war, ich glaube, an dem einen Tag, wo ihr gesehen habt, die 16.000 Schritte. Das war der Tag, wo es in Strömen geregnet hat. Und es hat sich einfach gut angefühlt, bei dem Wetter zu laufen. Und ich laufe auch nicht mehr hektisch, dass ich jetzt schnell wieder zu Hause kommen muss, um weiterzumachen. Nee, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche, um meinen Weg einfach perfekt abzulaufen und so meine Schritte zu sammeln. Und deswegen haben wir ja die Challenge, die war ja ursprünglich nur für drei Monate geplant. Habe ich sie ja auf 366 Tage erweitert, um wirklich ein komplettes Jahr durchzulaufen. Um einfach zu schauen, was macht das mit mir, mit meinem Körper, vor allen Dingen auch mit meinem Gewicht. Und das hat sich jetzt ja schon richtig, richtig gut verändert, meine Lieben. Das soll es erst mal gewesen sein. Ein kleiner Scheck, ein Leistungsscheck. Danny ist im Übrigen immer noch Schoki-frei seit dem 01.01. Keine Süßigkeiten, keine Chips, gar nichts in diese Richtung. Und es fehlt mir auch nicht. Ich leide aktuell ein bisschen mehr wieder unter Kopfschmerzen. Aber das liegt tatsächlich wirklich, glaube ich, am Wetter, an diesem Hoch und Runter. Gestern hatte ich sogar Migräne gehabt. Dann hatte ich mich so mit Kühlpads bearbeitet. Dann hatte ich den Livestream gehabt. Dann ging es halbwegs. Dann bin ich heute Morgen kopfschmerzfrei aufgewacht. Und jetzt fängt es langsam wieder an. Wird Zeit, dass ich an die frische Luft gehe und weg vom Computer. Also, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Morgen sehen wir uns wieder. Und ich glaube, morgen gibt es dann auch schon ein Update vom Bad. Ich glaube schon. Also, macht es erst mal gut. Tschüss. Tschüss.